Liebe Studierende, willkommen zum zweiten Podcast des Semesters. Wir haben uns zuletzt mit folgenden Themen auseinandergesetzt. Erstens das elektrische Feld, eine wichtige Größe, die die Wechselwirkung zwischen geladene Objekte vermittelt und steht zur Elektrostatik wie das Gravitationsfeld zur Newton'schen Mechanik. Zweitens die Coulomb'sche Kraft, diese Kraft ist die resultierende Kraft zwischen Landungen. Und drittens der elektrische Fluss und der Satz von Gauss. Diese Maxwell-Gleichung ist ein nützliches Instrument, um die elektrische Feldstärke zu berechnen. Elektrische Felder entstehen in der Umgebung von Körpern, zwischen denen eine elektrische Spannung anliegt. Der Raum um geladene Körper ist somit nicht mehr leer, sondern mit dem elektrischen Feld gefüllt. Elektrische Felder kann man sichtbar machen. Man benötigt dazu gut elektrisierbare, stäbchenförmige Materialteilchen. Die Verteilung des Feldes im Raum ist mit den Feldlinien dargestellt, längst denen die Stäbchen sich orientieren. Die Feldlinien gehen von den positiven Ladungen aus und enden auf den negativen. Das Kraftfeld ist eine vektorielle Größe, die tangential zu jedem Punkt der Feldlinien stehe. Das homogene Feld zwischen zwei ebenen geladenen Platten, mit Abstand L zwischen den Platten und der Plattenfläche A, ist durch zwei Feldgrössen, das elektrische Feld E und die Verschiebungsdichte D, beschreibbar. Sie lassen sich auch der Spannung zwischen den Platten und ihrer Ladung berechnen. Die elektrische Feldstärke E ist gleich dem Verhältnis Spannung U durch Abstand L. Die Verschiebungsdichte D ist gleich dem Verhältnis Ladung Q durch Fläche A. Im Vakuum gilt allgemein, dass die Verschiebungsdichte direkt proportional zum elektrischen Feld ist. Y0 heisst elektrische Feldkonstant. Aus elektrische Feld E und Verschiebungsdichte D kann man auch umgekehrt die zu ihrer Erzeugung notwendigen Grössen U und Ladung Q berechnen. Wir haben dann uns gefragt, in welchem Zusammenhang stehen Spannung und Feldstärke. Wir haben eine allgemeine Situation berücksichtigt. Die Feldstärke E in einem Punkt P im Raum zwischen zwei beliebig orientierten Flächen berechnen sich aus der Spannung Delta Ui, die man dazu an die Hilfsplatten anlegen muss, und ihrem Abstand Delta Li. So kann man den ganzen Raum zwischen den Feldplatten ausmessen. Schließlich lässt sich feststellen, dass die Spannung zwischen zwei Punkten im Raum gleich dem Wegintegral der elektrischen Feldstärke ist. Ganz wichtig ist die Bemerkung, dass der Weg völlig beliebig gewählt werden kann. Die Spannung selber zwischen zwei Punkten im Feld ist somit gleich der Potentialdifferenz zwischen ihnen. Das elektrische Potential ist eine skalare Größe. Im Allgemeinen ausgehen von Punkt P mit dem Potential Phi erhält man den Wert des Potentials in einem beliebigen anderen Punkt P' durch das negative Wegintegral des elektrischen Feldes. Das Linienintegral ist negativ, weil man bei der Integration auf dem Weg zu höheren Potentialwerten entgegen einer Feldlinie läuft. Verbinden man die Punkte gleichem Potential miteinander, erhält man Äquipotentiallinien, d.h. im Raum Äquipotentialflächen. Aus der Definition der Spannung als Potentialdifferenz folgt die gewöhnliche Verstellung, bereits bekannt im Gravitationsfeld, dass im elektrostatischen Feld verschwindet das Linienintegral der elektrischen Feldstärke für jeden beliebigen geschlossenen Weg. Wir haben dann die coulombsche Kraft eingeführt. Wir haben schon experimentell festgestellt, dass Ladungen Kraftwirkungen aufeinander ausüben und gleichzeitig erleben. Wir betrachten Einfachheitsalber eine Punktladung Q, die ein radiales Kraftfeld E erzeugt. Eine zweite Punktladung klein Q spürte das Feld E und erlebte eine Kraft F gleich Q mal E. Es folgt somit die coulombskraft, proportional zum Produkt der Ladungen und inversproportional zu deren Abstand im Quadrat. Nach Axio und Reaxio beide Ladungen erleben die gleiche, aber entgegengesetzte Kraft. Die coulombskraft ist abstoßend, wenn beide Ladungen das gleiche Vorzeichen haben. Sie ist anziehend, wenn die Ladungen verschiedene Vorzeichen besitzen. Die coulombsche Kraft ist somit vom mathematischen Standpunkt aus ähnlich wie die Gravitationskraft. Das resultierende Coulomb-Potential ist dann gleich dem Verhältnis zwischen Ladung Q und Abstand R und ist eine skalare Größe. Das wichtigste Konzept der letzten Woche ist aber der elektrische Fluss. Durch das Vorhandensein von Ladungen wird der Raum zwischen ihnen verändert. Es entsteht in ihm ein elektrisches Feld. Dargestellt durch Feldlinien, die durch ihre Dichte und ihre Richtung den Feldstärkevektor in jedem Raumpunkt charakterisieren. Die Feldlinienbilder haben große Ähnlichkeit mit den Stromlinienbildern aus der Fluidmechanik. Entsprechend lässt sich der Begriff des Flusses einführen. Der elektrische Fluss ist ein Maß für die Dichte der elektrischen Feldlinien, die eine Fläche A durchsetzen und ist allgemein, d.h. auch für inhomogene Felder, als Produkt zwischen Feld und Flächenelement definiert. Durch eine ganze Fläche ist gleich dem Flächenintegral der elektrischen Feldstärke. Bei einer Ladungsverteilung innerhalb einer geschlossenen Fläche muss über die Ladungswolke integriert werden. Der Gausche-Satz folgt. Der elektrische Fluss durch eine geschlossene Fläche ist gleich der von der Fläche umschlossenen elektrischen Ladung, dividiert durch y0. Der Gausche-Satz ist somit ein nützliches Instrument, um aus einer Ladungsverteilung die elektrische Feldstärke zu berechnen. In der Vorlesung haben wir einige Beispiele behandelt. Ganz wichtig zu betonen ist die Tatsache, dass die Auswahl der Integrationsfläche uns überlassen ist. Diese spielt keine Rolle. Man soll nur versuchen, eine Fläche zu berücksichtigen, die die Rechnung am einfachsten gestaltet. Die geeignete Fläche lässt sich meistens durch die Geometrie des Problems bestimmen. Nächste Woche werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Wir werden ein zweites Schaltelement einführen, nämlich den Kondensator, sowie die Kapazität als charakteristische Größe des Kondensators selber. Wir werden auch feststellen, dass es Energie braucht, um ein elektrisches Feld aufzubauen. Diese Energie wird von der Batterie geliefert und steckt sich im Feld selber. Das heisst, sie ist im Kondensator gespeichert, sodass sich diese Energie bei der Entladung des Kondensators befreit und man sie benutzen kann. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen. Abwärts Vielen Dank.